Puh, da hat man so abgehauen. Ember Zone. Hallo? Hä? Haha, zumindest jemand hat Spaß. Jeder legt sich mit Wolverine an. Ich bin Wolverine. Was kommst du denn da? Das hab ich gar nicht gesehen. Runter, weil die Treppen runter ist. Haha, kannst du nicht Treppen laufen oder was? 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 Runter von meinen Treppen. Du sollst die nicht hochstolpern, du sollst die runterstolpern. Schimp mir die nicht. Runter mit dir, hab ich gesagt. Alter, heftig. Was? Was macht denn der hier oben? Oh, shit! Someone came! Hey! Over here! Hallo! Hallo! Hey, hübsche! Ich komm hoch! Warte! Ich suche bloß den Punkt, wo ich hochkommen kann. Hallo! Hey, Superfam! Hey, Homie! Hübsche! Hübsche! Ich bin Amanda Stiles! Ich bin Amanda Stiles! L.A.'s Top Trending Girl in the Juicy Flesh! Hübsche! Töne! Hübsche! Nö! Hübsche! Hübsche! Du hast das Titel gemacht! Actually does make some sense. Right? Problem is, it's pretty hard to get good footage while killing corpses. Oh shit! Idea! We collaborate! We lure suckas up here, you finish them up Amanda style, and I get crystal clear shots. If you can blur my face out, I might be able to help out. Then let's fucking go! Blast them tubes, and knock any loser that shows up off the motherfucking roof! Let them bodies hit the floor! And they all swearing in the first minute, I'm already on two strikes. Yeah! Hm? Hm? Schade. Ich dachte ich könnte mal kurz hoch zu hier. Hm? Alter, voll die Arschwamme machen. Hm? Oh nein! Schau dir mal das an, Alter! Wie geil das aussieht! Boah! Du kannst ja sagen, was du willst! Einfach mal jetzt mal ein Screenshot. Einfach nice! Was wollt ihr denn alle von mir, Mann, Alter? Geh doch zu ihr! Wie ist die Idee, die hier laut Krach macht? Schließe die Tür! Hallo! Ach du Scheiß-Tüttür! Da ist doch jemand! geschlafen von Oma. Schön, wie sich die Tür zu haben. Aber rechtzeitig. Idioten. Hä? Hat sich da wie zum Jungen gehört. Dann muss ich nach oben. Jetzt gehen wir zu den Eierkopfhändlern. Jetzt gehen wir erstmal dahin. So. Jetzt mal kurz gucken. Verkaufen. Die Klinge, die wir reparieren. Ist ja wohl klar. Wir können hier aber einiges verkaufen, was wir nicht brauchen. Die scheiß Dreckstange. Brauche ich nicht. Verkaufen. So. Dann. Das behalten wir natürlich. Da haben wir noch eine neue. Aber das ist gut. Können wir natürlich alles. So. Mal schauen. Was haben wir denn noch? Na ja, das Ding. 143. Das ist natürlich viel. Warum hau den weg? 74 ist zu wenig. 89 ist auch wenig. Ich hau weg. So. Das müssen wir jetzt erstmal bauen und so. Und dann können wir immer noch verkaufen. Was verkaufen? Was haben wir denn hier? Achso. Achso. Warum war die 7 dafür? 118. Warum war das nicht? Das habe ich selber. Ich habe sogar schon stärkere Waffen. Preis. Ausgewogenheit. Ungewöhnlich. Schwerer Angriff. Und dann schnell wieder auf. Aha. Gut. Haben wir. Jetzt haben wir hier so eine Sicherung. Ach komm. Eine nehmen wir mal mit. So. Sonst hat er eh nur ein Short hier. Scheiß Affe. Gucken wir mal hier an die Werkbank. So. Reparieren. So. Verstufen wir mal. Upgrades. Können wir noch nichts machen. Hier. Schauen wir mal. Reparieren. So. Verstufen wir mal. So. Was. So viel. Kostet gleich immer so viel die Scheiße. So. Was ist das für eine Scheiße. Cycle. 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 So. Das sind auch gute Waffen. Die kann man gut gebrauchen. Das ist voll. Das sind auch gute Waffen. Das ist voll. So. Ich muss noch mal rein. So. So. Stufen Upgrade. So. So. Ist drinnen. Prost. So. Wollen wir mal herstellen. Ich kann ja noch was herstellen. Äh. Midi Packs brauche ich nicht herstellen. So. 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 Was ist das für ein Naikampfmod. Was ist das für ein Naikampfmod. Mal kurz reingucken. So. Ausgewogenheit. Aha. Hm. Das sind wir doch so. Dann. Das lassen wir doch dann so, Leute. Sehr, sehr komisch. Schau. Es ruckelt schon wieder. Immer, wenn ich bei den Typen war. Also wirklich, bis jetzt immer hat es danach geruckelt. Also aber vom Spiel her aus. Wenn ich laufe. Ganz, ganz komisch. Sie ist oben. Okay. Sehr, sehr komisch. Dass es dann immer so leicht ruckelt. Verstehe ich nicht. Sehr, sehr komisch. Wir sind von der CDC. Und sie kommen zu uns zu retten? Nicht genau. All wir müssen machen, ist zu Ocean Avenue und ihn dort treffen. Wir? Was ist das wir? Wenn wir uns zu retten, müssen wir meine Immune Blut zurückkommen. Wirklich? Wirklich. Wenn er legit ist, kann er die CDC ausführen. Und ich werde dich mit. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg. Whoa, whoa. What happened to not forgetting friends? We cut through the horde, Sam and I donate blood, and we're all in Nevada by sunrise. There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Well, I don't need to convince Sam. I need to convince you, and then Sam will tag along. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam would risk everything for me. Girl, he fought through an apocalypse to be with you. He had his chance. Exactly. Exactly. Come on. Back to the lab. I'm not doing anything until I talk to Michael. I'm surprised, he hasn't stuck his nose in already. Let me talk to your people, iron out the details of your PA. Okay, I'll just think about what Sam could do for you. We're going to the whole day party in the house in the whole house. Okay. Sam really thinks he can just waltz back into my life and I'll just forgive everything. The glass is bulletproof, you know? Robert insisted. Turns out the idiot did something useful for once. Hey. Oh, yeah, I can help. MADENtin' HEAL.